Ah, je. Ja, das war hier. Das war hier. Kiste? Kiste? Da ist die Kiste. Ach, ja. Wie kann man den Namen? Windstuff. Aha. Äh. Was? Aber. Ach so. Ach so. Dafür verbrauche ich von jedem Kristall einen. Das ist aber übel. Push the enemy away without damage. Äh, was? Ich kann die dann nur wegschubsen? Was genau habe ich denn davon? Hä? Also, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Was? Also, es gibt so Dinge, da weiß man nicht so genau, was die sollen. Naja. Dann reden wir jetzt für den ganzen Weg zurück. Das hat sich ja jetzt voll gelohnt für die blöde Kiste rein. Also, ganz ehrlich. Kiste, wir sind doch schön. Scheiße, ihr Alter. Okay. Ich gehe jetzt hier gucken. Einfach 5.000 Türen. Oh je. Na komm. Na komm. Kommst du nicht? Also, ich gehe jetzt mal aufgeräumt. Oh, es ist aufgeräumt. Ich gehe jetzt hier. Meine Kiste. Böcheln. Nichts dran. Ah! Mann! Wie schafft die seine Manni-Burgel zu springen? Die Sau! Oh, wow. Ähm. Ja. Da komme ich nicht durch. Verdammt. Ähm. Ja. Hier muss ich noch gucken. So. Ja. Genau reingefrogen. Hahaha. Das ist ja. Oh, der schöne Portal. Das ist ja schön. Das ist schön. Das ist schön. So. Kann ich hier auch hier? Nö. Ich fühle mich beunkelnd. Ja. Hier haben wir noch eine Kiste. Und sonst gar nichts. Gucke ich hier noch kurz rein? Oh, was ist das denn? Noch ein Stab. Was kann der denn? Der verbraucht drei Feuerkristalle und macht, naja, Feuerschaden. Äh. Oh, hier. Der macht zwei Feuerschaden. Der macht auch zwei Feuerschaden. Ja, gut. Boah. Ah, der verbraucht aber viel mehr Kristalle. Warum soll ich den denn dann benutzen? Weil der cooler aussieht. Ja, aber sonst. Na gut. Dann gehen wir mal ins Portal. Oh, wow. Was ist das? Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob mir das Geheuer ist. Ah. Was? Ich darf mich nicht von diesem Dampf treffen lassen, naja? Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da bitteschön? Ähm. Also. Das geht doch nicht. Ich, da muss ich ja, also. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Am besten schon mal den Finger auf die Porsche drauf. Äh. Okay. Geschafft. Wow. Oh, jetzt hier. Klack, klack, klack. Oh, noch so'n Ding. Ich hab keine Lust. Ähm. Ich, ich bin Schisser. Ich hab das mal hier. So. Aha. Oh, das hier hat viel Schwert. Da lohnt sich der Aufwand hier. Oh, das dunkle Schwert. Das dunkle Schwert. Was kann das denn? Wo ist es denn? Ach da. Viermal die Sekunde, was? Äh, ja. Und dann? Schaden 2-2. Äh, hier steht überhaupt nichts. Hä? Herz viermal Sekunde. Hä? Was sagt man da denn jetzt? Ich? Was? Ähm. Hä? Was mach ich denn jetzt da mit? Äh. Moment. Vielleicht. Ach so. Steck dem Helm. Na gut. Ich muss jetzt hier erstmal wieder auskommen. Oh mein. Oh mein. Ich hab jetzt hier. Ah. Yes. Geschafft. Oh mein, 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 mein. Gut, gut, dann war ich hier schon drüber? Ja, war ich schon drüber. Wow, dann gehen wir jetzt hier. Na gut, da ist wieder nichts. Überhaupt nichts. Dann gehen wir hier gucken. Hab ich den Ausgang eigentlich schon gefunden gehabt? Weiß ich gar nicht. Hallo! Aufwachen! Ah ja, nicht viel, nicht viel. Dann warte mal, warte mal, da komme ich gar nicht rüber. Dann muss ich einmal hier. So. Hier wird wieder Süppchen gekocht. Hier ist eine Tür. Mit nichts drin. Oh, wo kommst du denn? Oh, da ist ja nur einer. Hier kommst du jetzt? Was? Alter! Was kann der denn einstecken? Mann, ich triff's nicht! Ah! Dafür ist doch bekloppt! Äh, was hab ich eingesammelt? Firestuff 1, hab ich doch schon. Ja! Ja, das ist exakt der gleiche. Naja. Oh! Guck dir das an! Hier sind zu viele Leichen. Ähm, da müsste ich eigentlich mal... Äh, Moment. So! Ja, Lebenssystem! Sehr damit! Vielleicht jetzt mehr als genug. Okay. Ja, komm, die Essenzen nehmen wir auch noch mit. Auch wenn ich sie nicht brauche. So. Ähm, da ist noch eine Tür irgendwo. Zwei Türen sogar. Alright. Hier ist nix. Wir gehen mal hier unten. Mhm. Und hier... Schöne blöde Hexen. Ähm, ja. Ah ja, der Ausgang. Ausgang haben wir. Jetzt gucken wir uns erstmal bequem durch die anderen Türen an. Äh, ja. Ist nix. Da war aber noch irgendwo eine. Ach, da hinten in der... Äh, äh. Müssen wir ein bisschen laufen. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Man kann auch nicht rennen. So. Also so richtig rennen. Geht nicht. Schade. Oh oh. Was hab ich getan? Ähm. Ähm. Alter aufmind. Oh. Ah. Ne. Geleck. Jetzt benutze ich mein Shirt eigentlich nicht. Ähm. Ach ja. Wenn ich tust bin. Aua! Hier habe ich schon, egal, ich nehme es nicht mit. Was? Hallo? Schleichen die sich immer an? So. Nix. Gar nix. Gar nix. Wirklich gar nix. Na gut, jetzt müssen wir aber alles haben. Guck mal, jetzt geh. Ich geh jetzt. Warte mal. Ach ja, ich muss hier wieder ein bisschen rumlaufen. Das war jetzt echt ein großes Dungeon. So, Respekt, Respekt. Jetzt gucken wir mal, ist das, warte mal, Level 2. Hey, wir haben Level 2 geschlafen, ich bin so stolz. So, was? Hier ist schön da so ein dunkles. Ach ne, da ist noch ein Zombie. Dann bin ich gleich wieder tot. Weiß ich noch genau. Blöde Zombies. Das gefällt mir nicht. Okay. Also diese Zombies können ganz schön was wegstecken. Das ist nicht schön. Ist das die Kiste? Ne, sieht nicht mal so aus. Ach Gott, hier, ne. Ne, 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 ne. Das gefällt mir nicht. Es ist so schnell wie möglich hier durch. Ah, die Kacke. Okay. Ach so. Es ist keine Kiste. Sieht nur so aus. Ist gemein. So. Oh, nein. Boah, Alter. Ach. 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 Ach, puh. Ach, puh. Ach, da kommt der Nächste schon. Ach, da kommt der Nächste schon. Ich werde eine Menge Kristalle verbrauchen hier. Erstmal wieder Eis dafür nehmen. So. Ach, puh. Puh, 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 puh. Alter, so viel Ei noch. Hi. So, dann gehst du, ne? Ja. So. Ei, 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 ei. Da ist ne Kiste. Oh, ja. Ich versuch grad mich ein bisschen hier zu konzentrieren. Oh Gott. Deswegen sag ich nix. Ähm. Oh. Das ist ja alles so bedrohlich. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh, da ist ein Schlüssel. Jetzt brauch ich noch ne Kiste. Hä? Hä? Was ist das? Ah, eine unbekannte Potion. Das ist ja vertrauenserwegend. Ja, leck mich hier. Blöder Zombie. Blöder Zombie. Ähm. Es ist mir jetzt so dunkel. Ähm. So. Ja. Ja. Ja.